Fast. Einmal. Yes. Solang es nur einer ist. Ja. Zwischen 18 und 15 Minuten halten die Portale. Doch. Ja, vielleicht warst du schon da, aber das Portal stand schon. Noch da warst. War sehr, sehr lange weg. Verlege sie. Nein. Drehe den Hals um. Und mauer sie irgendwo ein. Und dann kommt deine Frau nach und fragt, was sind die Katzen? Sagst du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die sind. Wie? Irgendwann in 15, 20 Jahren, wenn das Haus mal restauriert werden muss, finden dir die Katzen gerade auch in der Wand. Gehen dir nicht so'n Blödsinn bei. Mach das. Er muss erst mal eine Wand rausreißen, die du dann, wo du die einbauen kannst. Glaub mir, ich werde Arzt, Alter. Ja. Ich muss ihn auch bescheinigen, dass er eine geistige Störung hat. Machst du auch keine Bescheinigung für. Echt mal, das kann ich dir auch so sagen. Ja, weil, dann hast du schwarz auf weiß. Mhm. Na gut. Kann ich's mir einrahmen, ne? Ja. Kannst du auch gerne damit tun, oder? Hast auf jeden Fall immer eine Entschuldigung. Oh ja, ich hab jetzt ein kleines Problem. Ach was? Holt Resi. Dein Leben kannst du nicht so schnell fixen. Holt Resi. Also. 67% nur. Äh. Das geht ja. Lightning ist immer noch bei 103. Das fackt mich ja. Das ist wirklich schlecht. Ich würde es auf 20 runter machen. Das ist das Spiel auch zu leicht. Ja, ja. Soll ich vielleicht mal meine Handschuhe austauschen? Ich weiß da noch nicht so ganz. Ja, mach doch mal. Mann. Ja, die kann man austauschen. Würde ich auch sagen. Oh, die beiden Eier gedroppt. Nice. Aber ich hab keine Handschuhe gerade hier rumliegen, die besser sind. Mal schauen, ob ich welche kaufen kann. Kannst welche machen. Ja, nie. Wer hat die Haltenschuhe von euch? Er hat Haltenschuhe. Er hat vier Paar Handschuhe. Nichts für mich, oder? Traurig. Keine Invasion oder so. Nur Amor scheiße. Dann nimm doch einfach die, die du hast und mach die weiß. Solange man lebt, soll man rauchen. Ja. Ich kann die leider nicht gelb machen. Müsste das dann mit, äh, äh, blau kann ich ja auch nicht machen. Ach, scheißegal. Bleiben die Handschuhe erst mal raus. Erst mal rauchen. Ich hab keine Alternation. Ich hab keine Alchemie. Ich hab keine... Rauchst du doch gar nicht. Ich glaub, ich rauch gleich meinen Rucksack. Ja, rauch dir mal. Rauchst du deinen Rucksack? Der ist langsam reif. Habe ich jetzt, glaub ich, neun Jahre. Der hat viel Bier gesehen. Ein Schlimmeres. Deswegen willst du den jetzt rauchen. Klar. Die ganzen Erinnerungen, die in dem festgehalten sind, müssen in meinen Kopf. Ich könnte ihn auch aufkochen und dann das Wasser destillieren. Ja. Und dann als Schnaps. Rucksack-Schnaps. Echter Rucksack-Schnaps. Ja, das ist eine Idee. Voll geil. Gibt's da schon Rucksack-Schnaps? Gibt's da für eine App? Wo gibt's den besten Rucksack-Schnaps? Wenn nicht Bildungslücke. Maglücke. Es gibt in... Bildungslücke. Mag... Geil. Ja, Bildungslöser-Glücke auch. Ey, du machst dich einfach kaputt, Junge, mit deinem Klaber. Es gibt in Peru so'n Schnaps, so'n alkoholisches Getränk auf jeden Fall. Wird irgendwie... Irgendwelche Körner, auf denen kauen die Leute rum. Dann spucken die das aus. Dann wird daraus die Maische gemacht. Hm. Ja. Das ist ja wie mit diesem Kaffee, wo die Katzen erst die Bohnen fressen müssen. Ja, genau. Das ist auch so geil, ey. Komm, lass uns Kaffee aus ausgekackten Kaffeebohnen machen. Okay. Ja, ne? Welchem Tier geben wir die denn? Ach, den Katzen. Wir laufen doch hier auf der Straße rum. Ja, ja. Genau. Dann renntst du hinterher und sammeltst die Kattels ein. Ja, ganz ehrlich. Wie? Wieso? Ist genau so bescheuert, seinen Rucksack zu rauchen. Ja. So Kaffee wird teuer verkauft. Deshalb? Rucksack destillieren. Ja, man. Man weiß nie, wozu das führt. Diese scheiß Mobs mit ihren... Blockt. Weg. Warum höre ich eigentlich nichts mehr? Weil du den Ton aus hast. Das kann gar nicht sein. Okay. Habe ich irgendwas dabei? Ah, geht noch. Okay. Keinwill Okay. 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 Ah. Hallo, good bye, crafting rezepte, immer gern genommen, 25% tech speed, ey, 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 Okay, ich gebe jetzt ein bisschen Gas beim Shisha rauchen, ist das gut, das kann man ein bisschen schneller hier durchrennen. Wie du schneller rauchst, bist du schneller da durch? Genau. Jetzt nicht so viel Sinn. Ja, ich greife halt nicht mehr so viele Mobs an jetzt, weil ich ja nur noch eine Hand quasi habe. Ah, macht doch Sinn. Ich brauche auch nur Rechtsklick halten, dann macht der auch Wirbel. Ich bin hier. Ja. Das geht auch. Kannst du dich da bedanken, dass dir da jetzt ein Shaddling-Skill daraus gemacht hat? Ja. Gehe ich das nicht mit dem Num-Log? Das geht doch bestimmt, oder? Das kann ich mit Num-Log machen, du kannst ja nicht Auto laufen mal. Was? Kein Auto laufen. Ja, aber Auto-Wirbel. Probier's mal. Ach nee, da muss ich die Tasten umstellen für. Nee, kein Bock. Da muss ich den Num-Log anmachen und dann nicht ausmachen einfach. Mhm. Ja gut, jetzt weiß ich was. Ja, das könnte natürlich durchaus funktionieren. Da muss ich nur noch die Maus bewegen. Mhm. Da will er gar nicht Wirbel und Wirbel dritten. Oh nein, ich brauche wieder mehr Int. Ja, das Problem hatte ich gerade eben gemacht. Da muss ich so eine 30er-Node mit-Skillen, Alter. Ich hab' gefuckt. Egal, das wird erst mal reichen, bis ich... Ja, ich hab' schon eine geskillt. Ja, ich auch. Ich hab' zwei Punkte jetzt verteilt. Einmal in 30 Decks und einmal in 30 Int. Am abfacken. Ja. Ich weiß auch nicht, es gibt ja so Gems, so alle Stärke-Nodes im Radius werden zu Int-Nodes oder so, aber ich weiß nicht, ob ich da für einen Gems-Slot... Das Juwel. Äh, ja, Juwel. Ob ich das opfern will. Apropos Juwel, hast du von den neuen Juwelen gehört, Fabian? Äh, nein. Die Juwelen, die kannst du einsetzen und die wandeln die komplett um, die Nodes, die da in der Nähe sind. Halt aber auch Key-Nodes. Werden dann zu ganz anderen Sachen irgendwie. Aber die gibt's auch, also... Oder sind das ganz neue? Das sind ganz neue Juwelen, die droppen wohl auch... Nee, aber ich mein' sind das... Werden die umgewandelt in Sachen, die woanders auf dem Tree sind, in einer ganz anderen Ecke? Nein, 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 das sind ganz andere Sachen, die dann kommen. Ich hab' jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie einer aussah. Die UE, Legion, Juwel. Dieses Spiel, das wird immer größer und größer. Ja. Warte, jetzt hab' ich zwei Ligen nicht gespielt und ich raffe schon viel weniger, gar nicht. Es ist doch... Naja, warte mal so, hier sind die Patch-Notes. Die Juwelen. Da war die Taste für so... Das ist aber unhöflich, mit nem Satz zu gehen. Das ist aber unhöflich, mit nem Satz zu gehen. Scheiße. Keine Ahnung, was der uns erzählen wollte. Vielleicht erzählte er noch immer. Ah, Endgame ist ja auch raus, ne? Mhm. Auch im selben Moment, oder? Nee, vorher schon. Okay. Kurz vorher, da dachte ich schon, hä, was macht er? Also, die erste Map hab' ich abgeschlossen. Ganz, ganz chillig. Sehr gut. Aber, der Damage ist halt so unterirdisch noch, ne? Ähm, ja, das hatte ich ja gestern. Im Moment geht's bei mir. Aber, ich glaub' auch nicht, dass das noch lange anhält. Hier steht Rain of Arrow 5500. Aber, wenn da halt ein blauer kommt, lila, gelb, hör mir auf, ey. Oder beim Boss, ich mach' einfach so wenig Boss-Schaden. Ich hab' halt keinen normalen Spell, den ich nehmen kann. Ja. Ich könnte eventuell Lightning-Trap nehmen, oder? War Lightning-Trap? Ja, oder so, weiß ich nicht, oder so, War Double Strike, oder so? Ja, mit nem Bogen geht's nicht. Achso, stimmt, ja. Ich hab' War Double Strike, War hab' ich drin, ne? Nimm ich 15 jetzt. Aber Tobi auch sagt, dann nimmt auch mal Double Strike. Ah, das ist... Das ist mit dem Bogen aber auch schwierig. Ja, will zu den haben. Ne, 15 Double Strike Wahl. Ne, ne. Ich kann ja nicht gebrochen, das sehen. Über Lightning-Trap. Das sind aber auch die Scheiß-Dinger. Ne, ich brauch' eigentlich, ähm... Lightning-Spire-Trap, soll wie die heißen? Kaida, du. Der kommt gar nicht wieder. Hat's die Kindersicherung angeschlagen. Zu lang gesurft im Internet. Kann man Blade Vortex benutzen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Gute nicht. Ich hab' Wahl... Äh... Rain of Errors. Aber das ist ja genau dieselbe Scheiß wie mein Mainspace. Also auch Null. Was ist das wieder? Ich glaub' ich hab' wieder Syndicate. Oh ja. Schnell hin. Oh, da ist ein ganzer Zug! Was transportieren die denn da? Stopp! The Caravan before reaching the end. Stopp! Die hören nicht. Wie geht denn das? Äh, töten. Was ist denn da noch? Es kann doch sein, dass vorne einer wegläuft einfach. Ja, hier ist so'n Orangener in der Mitte, so'n Fedder. Weg mit ihm! Ja, das sind zwei oder drei. Hylok. Hylok. Oh ja, zwei sind's. Eieieiei! Huh! Hylok! Geh weg! Oh, jetzt hab' ich hier Jorgen und Hylok. Kann ich die beide anklicken oder nur einen von denen? Beide. Okay. Alle, die du tot ist, kannst du... Imprison for 3 turns. 1 plus 1 transpiration intelligence per turn. Ach! Ranked to Hylok. Hylok moves to transportation. Gott, ich muss mir das mal richtig... Ich muss mir da mal einen Geiz angucken. Hylok, du warst kacke! Execute! Weg! Ich mach' einfach immer plus. Ah, da ist June. Unwile items. Ich mach' einfach immer plus. Unwile. Was gibt's denn da jetzt? User entered your channel. Hallo! Bebe! Ich hab' wieder Internet! Juhu! Schon frech, ne? So, also nochmal. Discover powerful new jewels that drastically alter your passive skill tree from each of the five legions. So. Drastic Kelly alter your skill tree. Du packst die jewels in die jewel slots und dann verändern die die umliegenden Sachen. Ja. Drei Fusings. Vielleicht krieg' ich jetzt fünf Link. Gott. Nein. Gucken wir noch nicht. Quite sad. Wuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Ah, ich hab' einen Skillpunkt. Hab' ich wohl ein Level Up gemacht noch in dem Moment, wo ich die Seed bin. Sehr gut. WTF? Ja, Single Target Damage wird langsam aber sicher ein bisschen... ...fragwürdig. ... Taufhhm... So, zack. Geh doch. Oh, ich da auch. Ich sag' wenigstens Bescheid, wenn ich geh' nicht. So wie du. Pft. Okay. Pft. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist richtig. Zwei Splinter. Der erste Legendary Ring. My way to the Boeve. 3200 Leben, Timo. 2300. 2300? Yes. Das ist jetzt noch weniger als vorhin hattest. Ja, ich musste ja gucken, dass ich die Resis ein bisschen ende. Das ist gut, jetzt hast du hohe Resis, aber kein Leben. 2300 Leben? Hast du mir nicht zugehört? Ist doch kein Leben. Dafür habe ich nur Range. Bestimmt. Und 22 Arrows, die auf seinen Kopf prasseln. Ich glaube, mein Kopf ist nicht groß genug für 22 Arrows. Gut, dann werde ich mir für dir, Barrett, schulen. Prasseln wenigstens von vorne direkt rein. Aha. Ein Single-Target-Damage ist für den Arsch. Ja. Die gelben Monster, die sind so behindert. Ich lasse ihn gar nicht mehr sehen. Einfach weiter. Fabian. Hi. Ich sterbe. Der Rucksack. Oh, da bin ich. Der Rucksack. Er schlägt von allein. Yes. Invite to party. Der Rucksack. Miracle. Bip. Koller. Oh, hier ist seine Hand. Hallo. Ja, hat sie gewunken. Ja. Der Quarry. Timo war der Beste, der so ein Schiff-Stampel, Schiff-Stampel, Schiff-Stampel. Ich so, vielleicht startest du mal deinen Rechner, ne? Weißt du, was der sagt? Ist erst zweieinhalb Wochen her, dass ich den neu gestartet hab. Ja, hab ich das letzte. Ja, hab ich das letzte. Ist gut. Verstehe nicht, warum sollte ich den nur mal ausmachen? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe für. Einer davon zum Beispiel ist Strom. Was? Ja. Was? Da hab ich neulich im Fernsehen gesehen, ist irgendein Syrer, der geflohen und sind da nach Deutschland gekommen und der Vater arbeitet und unterhält halt die Familie, ne? Und, äh, der wohnt in so einer Plattenbausiedlung mit Zeit original für eine Drei-Zimmer-Wohnung. 850 Euro im Monat. What the fuck? Ja. 850 Euro. Oh. Kalt. Oh, Leute. Ich hab für meine anderthalb Zimmer, wohne um 200 gezahlt. Warm. Ja. Anderthalb, so das heißt du jetzt seit 500 für drei Zimmer. Ja, aber warm. Ja, ja, ist mir klar. Ja, und du wohnst nicht im fucking Plattenbau. Ja. Er wird voll in meinen Tisch gezogen, nur weil er Ausländer ist. Das ist halt der Wahnsinn. Also, ich hab mein Item gedroppt. Was hast du gedroppt? Das Unique Item aus dem Inkubator. Das ist das rote Schild. Da ist das rote Schild. Ich hab' ja mal Pandemonios oder sowas droppen können. Oder ne Impulser. Du bist jetzt sehr hohe Ansprüche, hast du? Quatsch. Oh, mein Handy. Ich glaub, dass Icke hat. Das ist spät als nie. Ja, hier. Ah, tolle Antwort. Hättest du dir auch knicken können, du Spasti. Wo ist hier, du Lappen? Er hat doch nicht bis 16 Uhr gepennt, Alter. Ach, fickt doch eure Mütter, ihr orangenen Bastard. Oh, Mann, ey, wo ist denn dieser Scheiße? Ja, hier. Dieser Scheiße. Dieser Scheiße, ja. Nein, N war da nicht mit drin. Da, endlich. Hast du gesucht? Kira. Kira? Ja, irgend so ein Eingang hier auf der Map. Ach, bist du auch grad Quarry? Ja. Hey. Musst du natürlich einmal außen rumlaufen. Weg. Ich hab natürlich erst der Refinery gefunden. Ja, ich auch. Ich hab alles zuerst gefunden. Alles zuerst? Alles gleichzeitig, Fyre. Hallo, I cannot teleport to you. Ja. Ich bin ja auch gerade im Bossfight, du Affe. Mann, ich kann ja jetzt nicht mit dem Schreiben erwarten. Mercury Trade. Klick da einfach auf One Min. Ja, ist nicht offen hier, das Fenster. Ich weiß nicht, das packt rum. Mercury Trade. Wie bei mir auch. Whisper aus Bossfight. Ich hab jetzt bekommen. Hallo. Da hat dein roter Mic. Weiß ich auch nicht. Aber der kann doch immer in Hideout. Das kann er. Der wollte sich zu mir teleportieren, mitten auf dem Schlachtfeld. Ist der wahnsinnig. Meine Fresse. Oder ist es ein neuer Spieler, das kann natürlich sein. Was will der? Storm suit. Ja, wo ist das? Ne. Da. Okay. Trade. Da. Hau ab jetzt. Huschdango. Was? Huschdango. Huschdango, huschdango. Oh Mann. Hey. Hey. Mit mir reden. Ja, red mit mir. Ja. Es kann noch mehr. Oh. No. Oh. Hello.